und das ist scheiße okay er 8 9 das Prozent Naja ich mache das mit Schlussfolger auch dort ich schaue wird hat neulich auch Prozent Krupp so ich würde so auch bei der Arm machen sage ich mal noch 10 Minuten Jo dann ich Macht's gut bis zur nächsten Aufnahme und Ciao so so Musik hat auch schon geist aufgeben oder? Irgendwann Mal gucken, wie es geworden ist Äh, dürfte eigentlich So nah hier oben sein Wo? Ich kann das einfach alle durch und dann ist gut Wenn dann nur klar ist, hatte ich es zu laden Warte mal, Computer Das hat schon Boah 140 Gigabyte Geht doch eigentlich nicht Wird man so lange aufgenommen haben Ich hör, wie lange? Sieht man es ja auch näher Ja, eigentlich schon Ach ja, ja, 1 Stunde 44 Minuten Was? Ich kriege gerade 7 Ports Jo Das mach ich aber morgen alles Ne, morgen auch nicht Übermorgen Morgen muss ich hier lernen Scheiß Prüfung Kein Bock mehr Danke so Schöne Ullquelle Morgen, bis Moin Ciao Tschau Tschau So, dann sind wir jetzt komplett alleine Oh, alle haben sich verlassen Ja, noch mal ein bisschen Schleichwerbung, äh, am Rande Ja, noch mal ein bisschen Schleichwerbung, äh, am Rande Und auch natürlich seine Sicht. Ist ja logisch. Salpeter habe ich jetzt aufgehoben. Kann ich mit Salpeter machen? Ja, ich mache dann auch jetzt denke ich mal in 5 Minuten Schluss. Gehen wir noch nach Hause würde ich sagen. Und dann ist hier genug. Oh, Mensch. Hoch unterwegs, wa? So. Gehen wir mal ja hoch. Ich betone auch nochmal, das habe ich ja im ersten Paar schon gesagt. Ähm, dass das Projekt, wie gesagt, unregelmäßig kommen kann. Wenn Folgen da sind, werden sie natürlich hochgeladen. Ist logisch. Dann würde ich das auch nicht machen. Äh, habe ich keine, keine Zeit zum Aufnehmen, zwinge ich mich auch nicht dazu. Wie ich aber im Singleplayer-Projekt mache. Und hier muss ich mich ja wirklich schon extrem zwingen. Und dann eine gute Folge zu produzieren. Aber, ne. Hier ist es so aus den Folgen da. Kommen sie. Wenn man sieht, das sind jetzt ja 8 Folgen, die ich jetzt ja aufnehme. 7, 8 Folgen. Letzten... 4 Wochen. Und dann kommt, wie gesagt, Montag und Dienstag jedenfalls ein Paar immer. Also bis Ende Juli ist eigentlich vorgesorgt jetzt. Ah, das ist eine Drecksvieh. Endliche Drecksspinne. Boah, mir tut mein Hals weh. Wisst ihr das? Wenn man die ganze Zeit da sitzt. Nichts schmacht. So. Ähm. Ohne Kiste, wa? Ja. Langsam eng. Wo hab ich ein Holz? Da. Neue Kiste. Und dann brauchen wir noch zwei Doppelkisten. Die Packe hab ich natürlich wieder bestens gesetzt. Hier nochmal alles schön zeröffnen so und einfach alles reinschmeißen. Sortieren tue ich irgendwann mal, aber bei so vielen Stoffen kann man eigentlich regelrecht gar nicht sortieren. Detail er gibt bei Feed the Beast. Ist es eigentlich wasted, ob ich sortiere oder nicht, aber vielleicht mach ich es demnächst noch. Ich seh gerade diese Inventory Tweaks. Das ist natürlich eine feine Sache. Da kann man natürlich auch so machen. Ne. So machen. Ne. So machen. Genau. Mh. 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 So paar Fackeln produzieren. Rein. Rein. So dat ist fertig. Dat ist auch fertig. Hoffentlich noch irgendwas, was gebrannt werden kann. Hier Aluminium kann nicht wieder brennen. Da kann man eigentlich Marble brennen. Ne. Geht nicht. Gut. Dann wissen wir dat auch. So. Ich würde mich natürlich auch über Tipps in den Kommentaren freuen. Dat sage ich jetzt am Ende der Session. Das ist wieder sehr schlau bei mir gewesen. Aber. Wer kennt mich hier aber. Jut. Das war's dann eigentlich. Mit dieser Session. Ich hoffe. Ähm. Diese zwei Stunden. Diese. Vier Parts. Unterhaltung. Haben euch gefallen. Wenn ihr Kritik habt. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich lese mir da durch. Und sinnvolle Kritik. Bitte nicht wieder. Oh du bist schlecht. Du kannst ja gar nix. Ne. So hat macht. Werde dort die Cent von mir ignoriert. Und werdet wirklich extrem schlimm ist. Blockiert. Oh. Das werde er mittlerweile wissen. Eigentlich. Mache ich halt schon länger. Jut. Und. Dann würde ich sagen. Tschaußen. Enserhausen. Bis zum nächsten Mal. Dat. Dat warten wir noch. So. Dat warten wir noch. Und da ist die Sonne. Und in der Sonne. Machen wir jetzt Schluss. Also. Bis zum nächsten Mal. Euer 15.04 Flori. Tschaußen.